Jo, wir haben einen Griechen hinter der Bühne gefunden. Bist du so lieb und stellst dich mal vor. Mein Name ist Kosta Meronianakis, ich bin schwer in Ordnung und Grieche, das tut mir allerdings leid. Warum tut dir das leid? Ja, weil wenn du die Bild-Zeitungsschlagzeilen immer liest, dann... Das ist zum Beispiel ein Typ, den ich gerne von oben bis unten vollkotzen würde. Genauso wie dieser Kosta fast gern. Dieser Typ, der kriegt von mir so eine Schelle, wenn ich den irgendwo auf der Straße treffe. Du bist hier bei Comedy Champions. Was ist das? Was machst du da? Comedy Champions ist ein Format, in dem acht Comedians in zwei Gruppen gegeneinander antreten. Also es gibt Vierergruppen. Ich bin in einer ganz tollen Gruppe mit tollen Leuten. Johnny Armstrong und Christiane Olivier und Bastian Willendorfer. Und wir treten gegeneinander an, jeweils fünf Minuten Sets. Und dann kommen zwei weiter, die gegen die andere Gruppe antritt. Und dann irgendwann ist halt Champions League Modus. Und dann gewinnst du? Also das wäre mir tatsächlich am liebsten, ja. Bist du gerne Comedian? Total. Ich liebe meinen Job. Das ist mein bester Job der Welt. Du hattest vorher auch einen geilen Job. Ich wollte gerade sagen, ich hatte schon vorher den besten Job der Welt, aber jetzt habe ich den allerbesten Job der Welt. Genau. Ich habe Musik geschrieben und selbst Musik gemacht, auch für andere Leute und selber fünf Alben rausgebracht. Also vier Solo-Alben und ein Kollabo-Album mit Kul Savas. Und das hat sehr großen Spaß gemacht. Und ich werde jetzt auch wieder ein bisschen Musik machen, aber mein Hauptjob ist Comedian. Und das ist einfach das Geilste auf der Welt.